Hallihallöche meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynastie. Ich wollte schlafen gehen und zwar für eine ganze Weile, für eine ganze Woche nämlich. So, taking a long rest und dann mal sehen, ob unser Gagshauszeug, Kürbisse und Tomaten jetzt mittlerweile soweit sind. Ich glaube nicht. Ich glaube wir müssen drei Wochen schlafen. Soweit ich weiß. Ach ja, was machen die Quests? Reparaturauftrag, sehr gut. Was haben wir hier? Finde verlorene Schaf und Reparaturauftrag. Das können wir machen, wenn im Gewächshaus die Stimmung noch nicht ganz so prall ist. Nein, ist sie nicht. Zumindest bei den Tomaten noch nicht. Ah, und der Wunderbaum ist nicht da. Oh, aber die Bretterkisten müssten soweit fertig sein. Die könnten wir natürlich auf dem Weg schon mal mitnehmen. Denn mit der Pritsche fahren können wir ja. Und den Gabelstapler haben wir auch noch. So, hier sind drei Fichtenbretter in Produktion. Äh, wie, da kommen immer noch welche. Die sind in einer Woche nicht weiter geschwommen. Ach, nö. Na gut, dann lasse ich das noch. Denn mit vier zu fahren lohnt sich nicht. Mit neun schon eher, aber nicht mit vier. Honig? 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 Nein. Huch, dann halt nicht. Dann ho, nicht. So, wo sind die jetzt? Reparaturauftrag. Da ist eins ganz nah. Ganz nah, so. Achso. Jetzt. Ganz nah, ganz nah. Ganz nah, Reparaturauftrag. Ja, Mike, halt. Mike, halt. Hallo. Gut, dich da sehen. Ich muss nur auf der Straße stehen. Ist cool. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ja, das Gebäude da drüben muss repariert werden. Willst du das für mich tun? Es springt auch ordentlich was für dich raus. Klar. Oh, tatsächlich. 620. Sicher, kein Problem. Was ist das für ein Gebäude? Ist das riesengroß? Ist das auf der anderen Seite des Sees? Ich finde es ja toll, dass ihr NPCs durchs Wasser gehen könnt und über die Luft schweben. Aber ich finde es nicht so schön, dass ich immer um den Scheißsee rumlaufen kann. Aber ich kann hier rüber. Mann, 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 Mann. Dass die nicht auch da sind, wo sie hingehören, weißt du? Stehen die auf der anderen Seite vom See. Oh, mein Holz ist da drüben. Auf der anderen Seite. Das musst du reparieren. Nicht hier. Und dann kannst du nicht durchschwimmen. Denn wenn du das machst, dann gehst du unter, weil du unterhalb des Wassers kommst. Doch, es ist so. Man hat es in meinem Video gesehen. Ja doch, weil ihr habt es programmiert. Und eigentlich müsste man ja drauf kommen, wenn man so ein Spiel programmiert, dass man da auch eventuell abkürzt, indem man drüber schwimmt. Aber anscheinend nicht. Wo ist Legebäude? Das hier ist Legebäude. Ganz schön großes Gebäude. Ich reiß es lieber ab. Oh, hier. Ein halbes Hotel. Ein halbes Hotel. Eigentlich, die Wände sehen echt gut aus. Das wäre natürlich cool, wenn der Preis dann tatsächlich nur dafür wäre. Also die Belohnung, meine ich. Weil das irgendwie random ist oder so. Weiß ich nicht. Und da jetzt nicht nochmal ein Gebäude dazu kommt oder so. Aber wir werden es gleich sehen. Wenn mich vorher nicht mein Bart zu Tode kitzelt. Na. Na, komm her. Hey, ich kann doch hier nicht rein, oder? Man kann reinschauen. Früher konnte man nicht reinschauen, oder? Das Dach ist doch ein Schuss, oder? Fehlt doch nix. Ist alles gut. Äh, wo genau... Ist jetzt noch das Problem. Ist das eine von den Missionen, die man nicht beenden kann? Aber ich dachte, das wäre gefixt. Weil es gab wohl Missionen, die man nicht beenden kann. Da dachte ich schon so, hey, cool, wow. So eine habe ich gar nicht erwischt. Da habe ich ja Glück gehabt. Ich stelle mal ein Gerüst und gucke mal, ob ich da irgendwas oben... ...zersägen kann. Durch einen Schornstein rein, oder irgendwie sowas. Da müsste doch irgendwo noch was sein. Ja, ich glaube, das ist eine von diesen Missionen. Das war jetzt auch nicht wirklich renovierungsbedürftig, das Haus. Aber man kann es nicht beenden. Weil man wahrscheinlich an irgendeines nicht rankommt. Jetzt bin ich extra den weiten Weg um den See gekommen. Nur damit ich jetzt hier eine Mission habe, die ich nicht abschließen kann. Hier kann man durchgucken, vor allem. Da konnte man früher nie reingucken. Jetzt kann man hier reingucken. Tja, Problem ist, ähm... Achso, nee, wir können jetzt schon noch eine andere machen, oder? Ja. Ist halt dieser Reparaturauftrag von Mike. Der ist jetzt halt immer noch aktiv. Und da gibt es so schön viele... ...dingenspunkte. So schön viele. Sozialpunkte. Ach, wir sind ja schon da. Nö, Quatsch. Ach, hier ist noch mal ein... Ach, ja, da ist noch mal ein Reparaturauftrag. Und jetzt findet das verlorene Schaf ist jetzt hier plötzlich. Okay. Ich dachte gerade, hä, wir sind ja schon da oben. Aber, äh, ja. Wie komme ich denn, äh, zur Straße zurück? Kann mir das mal jemand erzählen? Hier vielleicht? Hier, ja, hochhüpfen, ja. Warum, warum... ...komme ich hier nicht rüber? Was ist denn hier für eine Alpha-Wand, sag mal? Warum denn? Hier haben wir einfach Rand, oder was? Falsche Richtung, oder wie? Hä, nein. Da muss ich lang. Ich verstehe eigentlich nicht, wo das Problem ist, warum ich da jetzt nicht hochkomme. Irgendwie seltsam. So, komme ich hier drüber. Na, komme ich da hin? Na ja, gut, Digga. Huch, Entschuldigung. Da kommen Lüftungen aus meinem Hals. Luftausgleich. Lauf. Hm, 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 hm. Vielleicht hätte ich mit der Angelroute das Ding fertig machen müssen. So, eine Bushaltestelle, bitte. Und da ist auch noch einer. Na toll. Kann ich gerade mal wieder zurücklatschen. So, und ich glaube, nach dieser Folge mache ich dann auch Feuern für heute. Denn, mir schläft schon wieder irgendwie das Gesicht ein, nebenher. So. Man weiß nie, wie man trauen kann. Oh nein, schon wieder ein Hotel. Dann habe ich hier lauter angefangene Missionen, die ich nicht beenden kann, weil sie Buggy sind. Ja, Levi. Levi weiß was. Wir reden später. Jetzt. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ach so. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ja, ja. Qualifizierte Hilfe, um das Gebäude zu rebandeln. Würdest du das bitte von mich erledigen? Ähm. 1400 Euro. Und ein juckender Kopf. Warum gibt das auf einmal jetzt so viel Geld? Was ist da los? Sicher, kein Problem. Geht das nicht, deswegen gibt es so viel Geld. Ach, gleich das hier. Na ja, schauen wir mal. Mal versuchen. Vielleicht klappt es ja und wir kriegen 1400 Geld und wahrscheinlich auch dementsprechend viele Treuepunkte. Und da ist ja ganz schön viel dran an dem, an dem Gebäude. Das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt Abzocke. So wie die andere Mission. Wo eigentlich fast schon zu wenig dran war. Für den Geldpreis. Und dann, äh, ja. Haben wir ja gesehen, wie es ausgeht. Wenn man dieser Boden hier nervt. Na komm schon. Ja, so, so. Und da oben noch. Okay, ganze Terrasse fertig. Da komm ich wahrscheinlich nicht hoch. Ne. Na gut. Geht ja nix. So, lass ich mal hier stehen. Wer weiß, ob wir noch aufs Dach hoch müssen. Ja. Du, 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 du. Du, du, du. Da brauche ich auch Gerüst. So, ach oi, da geht es ja noch weiter. Ach, hier gibt es noch mal eine Veranda. Ach, du Scheiße. Ein Gebäude, der hätte ja auch sagen können, dass es ein ganzes Hotel ist. Ein ganzer verdammter Hotelkomplex. Fast schon. Junge, Junge. Wie komme ich denn da überhaupt drauf? Wie komme ich denn da hoch? Ich muss doch da hoch. Ja, wahrscheinlich auch mit einem Gerüst. Nur kann ich hier keins stellen. Doch, hier. Aber wie komme ich da rüber? Wahrscheinlich übers Dach. Huch. Runter geplumpst. So, hier oben ist alles okay. Dann schauen wir doch mal hier. Da fällt ein Handwerker vom Dach. Vom Himmel. Moment, wo ist das? Ah, okay. Hier. Ich dachte schon, das war drin irgendwo. Und dass das wieder so eine Scheiße ist, die wir nicht fertig kriegen. Aber die Sachen werden umfangreicher. Also am Anfang habe ich ja noch gesagt, diese Reparaturaufträge gehen ja eigentlich relativ fix. So, von relativ fix ist hier jetzt nichts mehr zu sehen. Aber davor haben wir halt auch nur 300 Euro gekriegt. Und jetzt sind es einfach mal 1400. Und wahrscheinlich auch ganz schöne Treuepunkte. Womit wir dann eine gute Preisvergünstigung bei unserem nächsten Traktor erwirken können. Ja, das Spiel ist halt wie eine Lehre. Ich will, dass ich den Scheiß zuerst mache und da den Scheiß aus dem FF beherrsche. Quasi Materialkunde. Erstmal hier lernen, mit Holz umzugehen. Sachen reparieren, noch und nöcher. Dass man erstmal richtig Holz fällern darf. Am besten noch mit so einem automatischen Holzfällergerät. Mit so einem Ponsi da. Mit so einem Harvester. Ah, Schenkel juckt. Na, komm schon. Oh man, das ist echt noch viel hier. Ich bin müde. Ich will schlafen. Und zwar in... Im Real Life. Oh nein, da auch noch. Och man. Oh, hey, hab ich den übersehen. So, kann sich nur noch um Stunden handeln. Dö, 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 dö. Okay, an die komme ich nicht hoch, ne? Verdammt. Brauche ich da tatsächlich Gerüst? Warum nicht? Hier. Nein, nicht damit. Verschönern wollen wir es nicht. Wir wollen es nur reparieren. Wir haben keinen Verschönerungsauftrag. Hä, warum ist... Da war ich doch schon. Und dann haben wir es nicht mehr. Aber wir wollen es nicht mehr. Und dann haben wir es nicht mehr. So, hier ist jetzt alles. So, hier ist auch alles. Und hier auch. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Fehlt theoretisch nur noch hier. Das darfst du niemandem erzählen, hörst du? Tolles Geheimnis. Das weiß doch jeder. Komisch, wir stellen ein Ding hin und schon ist hier wieder offen. Schon ist hier wieder offen. Komm schon. Blüm. Warum nicht? Ich kann mich nicht um alle kümmern. Okay. Wo gibt's noch was? Hier gibt's noch was. Ach so. So, äh, jetzt noch schnell und dann. So, Pölem. Ja. Sehr gut. Also, das hat funktioniert. Jetzt komm ich hier wieder. Ich will, ich will runter. Boah. Ein Batz. Ist nicht so gut für die Gelenke, ne? Wo ist er? Jeder weiß Bescheid. Da. Und der ist jetzt auch nicht kilometerweit weg, sondern... Das darfst du niemandem erzählen. Hörst du? Gut gemacht, danke. So, komm, rück raus, die Kohle. Erinnere mich bloß nicht daran. Und die Sozialpunkte. 2.800. Du hast einen Bauplan erhalten. Wie viel brauchte ich nochmal? 67.000 Sozialpunkte oder 76.000? Schränke. Zum Entriegeln. Entriegeln. Also, mein Gerüst. Das gehört mir. Okay, pass mal auf. Ich stehe hier. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. In den Lenden. Dann bin ich hier. Dann bin ich hier. Okay, wisst ihr was? Wir gucken das in der nächsten Folge. Weil ich sehe gerade, oha, 30 Minuten. Ja, nächste Folge schauen wir mal, ob wir uns das entleisten können. Ich habe es nicht mehr im Kopf, wie viele Sozialpunkte ich brauche. Bis dahin, was für gut. Ciao. Wenn es wieder heißt, time to play. Hier bei Lumberjacks Dynastie.